Ja, weißt du, der war halt tot und in der Aufwärmphase konnte er dann wieder schießen, weißt du, als das vorbei war. Nein, stopp, ihr habt einen Wettkampf, ne? Ja, Moment mal. Ich hoffe, die treuen jetzt auch so wie eben gerade, dass sie sich selber kennen und so, dass der voll nah ist. Linkste, bei mir ist einer. Ja, ich guck. Ja, er gibt mir One Click mit seiner Scheiß-Technik, nein, das ist doch super. Ja, ich guck, das ist doch super. Ja, okay. Lecker wird, oder? So. Loll, Alter, 2.5 zu 2, Alter, aber einfach 11 Sachen hätten drauf, aber da sah es den Sinn. Ja. Denn, meinetwegen können wir spielen. Mit was? Mit euch? An euch? Hä? Ne, ich meine jetzt so richtig, weil er hat einfach aufgelegt. Ah, geil. Diegel! Jetzt gibt's die Geschäle? Jo. Mal sehen, ob ich was hängt mit der Diegel. Ich bin eigentlich nicht so der Diegel-Fan. Ich will mein Handy jetzt ausmachen, ich hab keinen Bock mehr. Och, SG-Spieler, der gibt mir auch One-Click, ich hab keine Lust mehr. Ja, Sven, drück ab. Du hast mich zuerst gesehen, das ist jetzt ungefähr. Drück ab! Shut the fuck up! Yo, fuck you! Yo, lol, ich hab ihn gebrochen. Das dachte ich mir schon. Nice. Warum spawne ich eigentlich immer am Po der Welt? Das heißt Arsch und nicht Po. Alex hat Arsch gesagt. Welche sechs Böse kennt eine Prositivierung? Lisa. Ne. Welche sechs Böse kennt eine Prositivierung? Doch, jetzt sagt. Wann das nicht? Du vier? Weiß? Äh, und so. Ne, warte mal. Nice! Good job, guys. Doch, das waren vier. Ja. Kriegst noch vier! Und, wie gnaden sie? Das weiß ich nicht. Rein, in, mein, Ohn. Guck mal! Nein, das ist eine Prositivierung. Ne. Mann. Du hast schon was für uns selbst? Oder er hat eine getroffen. Er warst du noch nie bei den Tzegni auf dem Kittelberge, Alter? Und so, er hat was? Oder er hat eine getroffen? Ha, hat keinen D! Hab ich getroffen? Nö! Hä, wieso sagst du Nö? Bin ich tot? Nö! Ne ek . Kann ja sein, dass ich dich angehittet habe. Nö! Nö! Links ist wieder was los bei mir hier. Rechts ist auch irgendwas laus! so ewig brauchst du mich zu töten auf dem map ja ich wollte ja auch Mann ich muss doch nachladen aber ich glaube das wird jetzt und noch drei ich hoffe es dass sie doch durch nein da wollte ich die no scope weg machen alter und ziehe zwei zentimeter über seinen kopf wir haben hier gibt es auch MVP die geister weg bringt schade sonst hätte ich nicht gekriegt hirr hast du auch bekommen? wollen wir auf ne anderen Netschen hin? Das war zu spät gesagt. Weil die stimmt von da anvergangen. Na sag das doch. Dann mach... Dann mach ne Abstimmung. Aaaaaaah! Oh oh is das so süß. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Chris hat wieder Schwänze im Mund. Weißt du, wie das nicht immer entspannt im Mund hat, Lisa? Weil... Ich hab meiner Schwester letztes Jahr ne Currywurst in den Hals reingerammt. Dann hat sich das so ähnlich angehört, okay? Aber das war zu lustig. Sie so, lass mich mal von der Currywurst abbeißen. Ich dachte mir so, Alter, das ist mein. Und sie hat nicht aufgehört rumzubetteln. Und dann meinte ich so, okay, mach den Mund auf. Nimm die Currywurst und renn sie voll in den Rachen rein. Und dann sagt... Oh 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 oh. Wie musst du so lachen danach? Aua. Lol. Wo? Rechts ist einer drinnen. Da kommt zwei an, ja? Fickt euch doch, ey. Mann. Sven, darf ich dich dreimal messen? Nein. Warum? Ich hab aber einen Flügel. Bitte? Nö. Und komm schon, sei denn lieber Sven. Verdienst dir. Ey Sven, ich spiel jetzt mit Kopfhörern. Ja, ja. Hört man. Weil du nicht in deinem Mikro bist. Was macht der denn? Alter. Richtiges Spiel. Ich hab nicht abgedrückt. Flügel. Hahhaaa. Junge. WTF VEN? Ja.. Nein. Der ist nicht verdammte Pisteln. Was zum auch nicht mit der ARK zu rushen? Manchmal chill. Komm her runter, mein Gott ey. Na ne Mann, ich hab überhaupt keine Hunde, aber du hätt eine Frasse und du bist eine Hunde. Vor allen Dingen hast du den Bunnyhop über die Kiste gesehen? Jetzt! Ich bin über die Kiste gesprungen mit Bunnyhop, weiter und dann losgehen. Da ist er weg. Ich muss da, ich muss da, ich muss da, ich muss da, Busfahrer. Mach doch, ich komm hinter dir, dich erschrecken. Oh, so viel Scheiße, hab ich mich erschwankt. Mann Sven. Was denn? Hör auf. Mit was? Ja. Okay. Ja, von wo denn, Mann? Die kommt von unserem Spawn. Richtung rechte Geil. Warum konnte ich nicht schießen, ey? Wieso trittst du den Nein Spaß? Was? Wieso wirst trittst du den Nein Spaß? Warte, warum schläfst du den Inder? Wo bin denn dein Deutsch, Alter? Sag mal deinen Rand. Dein Rand? Mit Rids in den Nero. Mit was? Den Rids in den Nero. Hör auf. Mit was? Mit was? Was ist denn dein Rand? Also ich bin goldfrei. Was? Achso. Was hast du? Silber 1. Nein, Silber 4. Hör mal, bist du doof? Hä? Jo. Gut, dann sag ich mal nicht, dass ich Meisterwächter 1 bin. Hä? Rechts ist einer. Du bist an mir vorbeigelaufen. Was, echt? Wieso trittest du mich nicht? Ja, ich hab's versucht, aber du bist einfach weitergelaufen. Ja, da sind wieder zwei, das gibt's doch nicht. Das ist die ganze Zeit, was sie waren. Ey, komm Alter, zwei Runden haben wir was schaffen, ja? Ja, doch nicht mit solchen Noobs hier, das ist unglaublich. Naja, die haben doch einen MG1 dabei. Ja, wenn der eine mit seiner AWP aus zwei Metern nicht trifft, ne? Wäre es vielleicht besser, eine Pistol zu nehmen. Nein, er schießt weiter daneben. Somit verlieren wir die Runde. Ja. Oh, ich hab nicht getroffen. Äh, nicht geschossen. Ah! Ah! Aim! Ja. Oh nein! Was? Wahrscheinlich. Loll, Alter. Was denn? An der Geisel ist einer da. Der hat nur noch 50, das ist bei der linken Geisel. Loll. 50 HP, Alter. Lack. Der ist große Treppe. Richtig zum Fall soll in der Richtung von vorne. Alte, Alter. Du bist so dumm! Der hat 50 HP gehabt, Alter! Der kriegt den einfach nicht. Alex! Das ist real! Ja! Ach, so eine scheiße Mapai, sag ich dir, ey. Also, im Weltcup ist die echt kacke. So ein Deathmatch ist die voll ok. Aber nicht so. Ja. Let's go! Auf und down! Brot frei. Oh lol. Nö. Was? Nö. Nö. Gell? Yippie! Noch eine! Noch eine! Ich hab mich einfach nie getroffen, Mann. Ich schaue das so große an, ich würde mich schlafen. Alter! Ja. Hey, Chris. Was? Hey, Chris, der wollte was von dir. Was? Ja, was? Hat geklingelt. Du mein Wort, du gewinnen lässt. Was? Wir gewinnen das Spiel. Ich gebe dir mein Wort. Was? Wuuuuhh. Jo, geht los. Horror-Wurfer, in holen Sie sich. Da ist ein Mail da. Okay. Hm, ich dominiere dich. Hm. Flushbang out! Gleich nicht mehr! Jetzt macht er wahrscheinlich wieder irgendwelche Ninja-Tricks. Ich wusste es, Alter. Er kommt um die Ecke instant tot. Jo, müsste er ja auch mal einen Vorsprung geben, oder? Weiter an und da ist es in der Hand. Läuft es ja zumindest rum wie der letzte Munger. Weiter an und da ist es. Nichts da. Du hast keine Ahnung, von wo ich komme. Da kann ich zählen. Ha! Oh, der hat noch gar nicht gesehen, was in der Hand ist. Ja, das ist Murferkorn, weißt du? Achso, ja, da sind wir wieder drin. Bitte was? Ist ja so wie bei mir. Jo. Also mein Smurf hat so... ins Kino rüber, ist ja egal. Gut ja. Main rüber getradet. Oh scheiße, das war zu laut, hat er gehört? Jaaah! Oh, so dahinten. Komm mal her, Sam. Ben! Ja? Komm doch her! Wo war denn hin? Ja, Mitte, hier, hi! Hi! Komm mal her! Komm, ich brauch das! Nein! Drei Stück, dann wär's am 70. 70 ist ne schöne Zahl! Und dann kurz zu Hause, Lisa. Okay, dein Beider will. Ey! Ey! Alex! Wir haben's, wir haben's! Ich schaue alle von der Seele. So, Lisa. Hast du dich jetzt eingespielt? Nein. Die muss doch schon längst eingespielt sein. Die hat doch schon 10 Uhr... Halt die Klappe! Ich bin nicht eingespielt. Ich spiel mich gerade erst richtig ein... Bei meinem Laptop gerade schön... Normal Temperatur... Auf dem Witztemperatur! Wuss! Super! Dann wurde gesagt, du wurdest eingespielt. Der hat doch schon mit uns Wettkampf gespielt. Ja, aber da... Ich hatte vier... Ne, sechs Kills. Die Stelle ist immer so beschissen. Ah... Aaaaah... Ich hab gerade abgedrückt... Links bei der alte Zona, ey! Betcher bing... ...duh, duh, duh... ...duh, duh, duh... ...duh, duh... ...duh... Hallo? Ich habe dich getroffen. Warum ist das auf der Seite gekommen? das war knapp das ist mit dem Hauladen danke das ist mit dem Hauladen warte Sven warte mal ganz kurz ok ja au ha 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 los go jede Wurst warte doch jetzt mal kurz bitte warte mal das kann ja wieder sprechen ist mein Nachbar wieder weg das 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 Jetzt schleicht die wieder erst nach fünf Stunden lang rum. Ah fuck, der gibt ja mehr 2-Click. Stairs, äh Treppe, sind ja deutsch. Sehr gut. Oh Gott, ich bin mittlerweile selber bester, what the fuck, alter. Eben noch so klicklich versagt, einfach selber bester. What? Ey, guck dir das an, 17-Kills, what the fuck. Guck mal mich an, 5-Kills. Ach, das interessiert mich ja eigentlich. Ja, die haben die Mission geschafft. LOL! Ich guck die ganze Zeit auf Sven und Papa schreibt mir gerade irgendwie, ne, guck dir das mal an, ich lese oben links und guck aber nebenbei auf Sven und denk mir so, hm. Ich schicke mir dann jetzt 10.000 mal denselben Linken. Lassen Sie doch so oft mal angucken. Lisa, weißt du, was wir dem jetzt mal machen müssen, wenn wir irgendwelche Maps mit Bombeflanten haben? Ne. Ne Ködergranate auf die Bombe drauflegen. Ja, das ist übel geil. Und wieso? Weil die explodiert ja irgendwann. Dann macht mir mal Schaden. Aua, der ist am Spawn noch bei denen. Das heißt, wenn welche laut sind, tötest du die damit. Aber müssen, dürfen wir halt das 5 VP haben. Ich glaub, wenn die direkt... Egal. Auf jeden Fall klappt das ganz gut. Letzte Runde, verkehrt die Autos mehr einfach nicht. Ne. Ja, doch. Ne. Ja. Leil. Oder ist auch die Grotto. Hast du die auch ins Dutch weg? Ja. Wieviel Abschüsse? Go, go, go! Ja, wir haben hier viele. Wuppen. 110. Am Zocken sind sie schon wieder. Ja, der Wuppen ist auch da. Wären wir etwa ein Full Team? Wären wir. Ist ja gut, da kann dieser. Ne, wir haben wir nicht. Sven? Ja. Hast du gerade echt nicht weggespawnt? Ja, ich hatte Lust auf ein Vampir. Dafür hab ich nen Freekill jetzt bei dir, ne? Nö. Doch, du hattest... Nö. NEIN! 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 Okay. Jetzt macht der Hack dann. Moment. Jetzt macht der Hack dann. Ah, richtige Hose. Komm jetzt, äh. Erinnerst du bei der rechten Seite drin? Oh. Alter. Oh Gott. Huch! Falscher Hack. Ah. Das AIM von manchen ist der Hammer. Und der macht jetzt nen Ace? Ach ne. Hammer nimmer. Vollzeit. 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 Sag doch Deutsch. Wir sind doch Deutsch. Hey, okay. Jetzt eins. Wenn du so anfängst, dann mach ich das eben auch. Alles klar. Was? Was fange ich denn an? Wer hat denn gesagt, ich habe Lust auf M4? M4. Seit wann spielst du M4 A4? Willst du mich verarschen? Oh. Was macht du hier zu mir? Der hat sich gemütet, weil er angepisst ist. Bei dem ich merke, dass ich sie gut kann. Ist das der angepisst? Weiß ich nicht. Der ist immer angepisst. Boah, stimmt. 10-4. Da bin ich angepisst. DER REST. DER REST. DER REST. Jetzt werd ich angepisst. WIEN HALS! WIEN HALS! KRIEBURCH! Ja komm, Pistole holen, dann Tritz hoch nimmt und dann... Ich hatte es mal nach oben vergeben. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh! Wieso? Über diesen kleinen Kiddies, das ist schlimm. Oh, ey. Ich gehe allein zur rechten Geisel, hier macht alle die Linke. Was denn? Ich will aber rechts gehen. Ich will aber rechts gehen, Mama. Ich gehe links, halb Mama, rechts. Da hast du deinen Freakill. Oh, hallo. Ja! Loll, Alter! Loll, der ist zu clean geworden, ernsthaft? Na, jetzt block ihn erstmal voll. Unverdient, nachdem ich mir oder wenn ich darüber nachdenke, wie er letztes Mal auf dem Geisel gespielt hat. Selbst mein ist der zwar ein besser. Von wem? Martin. Ich meine, der spielt verdammt gut, ganz ohne Frage, aber das letzte... Martin, Martin, finde ich nicht gut. Ich habe einen Geiselhit, bewegt euren Arsch! Das war schon hart. Martin, finde ich nicht gut. Liegt vielleicht daran, dass es ein Eingränder ist. Leuch erhebt hier, ist ja unglaublich. Ja, komm. Ja, geh mal einfach drauf und kauf auf die nächste Runde. Bye, 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 bye. Let's go, let's go. Ich war mir nicht sicher, ob du da stehst oder nicht. Aber ich war mir nicht sicher, dass du da stehst. Ja, das war auch nicht schwer. Ich bin gesteppt wie ein Fett, ich war direkt auf Kopf, das kannst du mir nicht sagen. Also sie schlafen... Jetzt wird's witzig. Witz, 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 witz! Nein! Oh Gott, der hat noch Half-Life. Wenn ich jetzt so richtig diminuiert hab... Irgendwas begrabbelt mich hier die ganze Zeit unter dem T-Shirt. Ja Lisa, dann guck mal schnell nach, was das sein könnte. 15 in 2! No! No! Okay, ich muss jetzt noch Abstand spielen. Nicht schlimm, ich komm kuscheln. Zwischen! Ach, ist so ne Wärme. Dann zieh dich aus. Hab ich schon. Das ist nackt. So. Lang. Sie zuckt sich am besten. Ja das stimmt. Ist jetzt auch nur so da. Das will gar keiner wissen. Und dann... Das ist ne Waffe für Noobs! Das ist ja auch. Ich hasse, Skyspieler! Ich spiel sie trotzdem! Oh! Oh! Das war so ein richtiges Holz die Fresse! Wo ist er denn? Hä, wo bin ich? Wo Sven? Ich bin aus so nem Map rausgeglitscht Geglitscht Sorry Los Chris, dein Ace Ich hab den Turnaround gesehen Was hab ich? Den Turnaround Der Turnaround war scheiße Nein, das sah richtig gut aus Nein, weil ich hab eigentlich Wie wie's gefehlt Du hättest dich eigentlich mal nicht rumtrennen dürfen Komm jetzt in die Mitte Nichts in die Mitte Du kannst doch keine Was, kann ich nicht? Nix, leck mich Sit down Ahaha So weit nach rechts gesprayt Ich hätte gegenhalten müssen Oh no Oh Gott, ich folg grad vor Ach fuck, da ist noch einer bei der Geisel Also wieso piekt ihr denn überhaupt die ganze Zeit? Ihr hört immer vor Nein Ich hab nicht Ich stand da, aber naja Macht doch gar keinen Sinn Ich hab doch gar nicht gemacht Ich stand da doch Ich hab doch gar nicht gemacht Da ist noch einer Ah Wer ist hier? Ich hab die Sniper Alter Bleib nach Oh 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 Voll die Granate an Geil Nein Ja Oh 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 Ich Ich drück dir 90 in eins Mit der Schrotze Nein Das war ein Header. Ey, der Typ ringt mich übelst auch mit deiner Augen. Einer ist von links, Chris. Davon. Linke Seite. Danke. Loll, durch die Wand, durch. Das passt sich gerade in dieser Augen. Mit dem Gang. Rechtssätze, links links. Eikugeln noch gegeben. Left side. Loll, Nicke. Drone Smoke. Ohohohoho. Was war denn das? Ohohohoho. Ich habe das Ding gerade nur unter Kontrolle gehabt. Ey, geh hinterher. Der weint raus. Der weint hinten rum. 19 und 1. Wo habe ich denn hingeschossen? Bist du vielleicht... Oh, ne 19. 19? Ne, mit. Och Gott, solche Lachen. Ne, ich mag zur Zeit M4. Oh, M4 ist halt witzig. Ja, aber fähig. Go, go, go. Loll. Marco war heute Nacht noch beim Notdienst, Alex. Was, wer? Marco, sein Arm... Sein... Sein Arm... Unter seinen Arm hatte er doch einen Abszess. Hat er doch gestern erzählt. Warst du dabei? Welcher Marco? Marco. Ja, Mpisi. Ach, der. Weiß ich doch nicht, dass der Marco heißt. Ich habe dir gestern... Weil du immer Mpisi sagst. Ich so Marco. Und du so... Marco. Ich habe die gar nicht... Ich habe die gar nicht genannt. Doch, Mpisi hast du gestern. Du hattest gefragt, ob der mitmacht. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall war der in der Notaufnahme. Er hat sich das Ding wegsteigen lassen heute Nacht. Boah. Was ist das Ding? Abszess. Ich habe ihn gestern schon gefragt, warum er das nicht selber aufschneidet. Ich schreibe es nicht. 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 Das kann man auch selber machen. Doch, nee, ja, doch, nee, ja, nee, doch. Der verwirrt mich, der redet nur in-game. Ich mag das, weil das das gleiche Spray-Recoil hat wie die AK. So sexy. Okay. Wo hin? Siehst du auf irgendjemanden? Ja, auf die Fensterscheiben. Ah. Ich dachte, du magst, gegen Geister zu spielen. Loll! Ich bin mit der letzten Kugel einfach zurückgegangen. Also, bei der Nicken hast du das. Upsala. Ich bin mit der letzten Kugel zurückgegangen. Ich hab die Kugel gedrückt. Ah, wie behindert. Was denn, ey? Von dir? Keine Ahnung, das war mega retarded. Halt die Fresse! Was wirst du? Nix. Ah, dieser, das war der, der gestern die ganze Zeit Connection Lottes hatte, ne? Der was? Der die ganze Zeit Connection Lottes war. Ja, MPZ. Ja, MTS heißt der Breitband. Ne, der hat sich auch in MPZ umgenannt dann. Ja, als er wieder kam, war... Ja, das ist Marco. Marco Polo, okay. Marco Polo. Marco Polo. Marco ist Polo. Er ist total chillig irgendwie, keine Ahnung. Er ist cool drauf. Au, 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 au. Ähm. Was denn? Fahr den Schwanz ein bisschen zurück. Au. Ich hab eine Fresse. Jo. Weil das weh tut. Scheiße, im Spruch Jörg! Oh nein. Im Spruch hab ich den! Das ist mir scheißegal, es war meiner. Das schlechteste Spur Gonzalo. Das ist das Scheiße, was du hier machst. Ich hab gerade... Nicht über das nachgedacht, was ich äh gesagt habe, lust drauf. Lust drauf. Haha. Du homo. Sorry, dass war echt beschissen. Homo homo. Let's get in and get out. Nennt der mich Homo, der kleine Wichser? So, mach ich noch einen zusammenzuhalten. Ja, weiß ich nicht. Sven, würdest du auch mitmachen? Auf Milizio und dann auch wieder... NEIN! NEIN, mit euch nicht! Okay. Na, dann brauchen wir noch einen. Ja, gut, ich frag Marco. Okay. Ich kriege Hohensinn. Das war nur Spaß, du brauchst mich nicht gleich erschießen. Hab ich aber trotzdem! Wo bin ich aber trotzdem, weil ich kann doch mal. Ja, die sind so irgendwie bei dir. Ey, aber mein Klatsch gestern war so... Oh nein! Guck mal, ich hab dich noch mal erschossen. Ja, lass mal dich noch mal ein bisschen rankommen. Komm! Naja, ich lass dich mal rankommen. Ja, die kamen jetzt alle von euch rüber. Ja, ich hab da nicht aufgepascht. Hä? Pass doch mal auf, die haben jetzt eine Autosnive. Ja, toll. Nur wegen dir, weißt du? Ja, was kann ich dafür, wenn du die alle durchlässt? Oh, Lisa fühlt sich ja zur Kugel, weil sie nicht gekiltert. Ähh. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Lisa, hier bin ich. Hier. Hier, 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 hier. Vorher willst du wissen, dass ich woanders hingucke. Oh, soll ich da reinkommen? Okay. Nein. Nee, warte mal, du stehst bestimmt weiter hinten. Der hat noch verzehnt. Nein, nein. Doch, ich wusste es. Ich hab der Kumpeter geschossen. Ich hab genau in der Selle geschossen. Du hättest nur auf der Karte gucken müssen. Nee, bei der anderen. Sehr schön! Eww. Nein, fällt nicht. Eww. 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 Der ist zufrieden! Nice! Nice, Alter! Loil, hab ich dich noch übel gefühlt. Sohn mit MP7 auf so ne Distanz, Alter. Schon grauer. Ja, ohne Spaß, ich mach da deine Käfer, der macht mit MP7 alle weg. Okay, warte, welche hast du? Du hast die Lucha? Okay, dann nehm ich die auch. Von dem. Er zeigt dir einen Headshot an, aber zeigt's oben in der Killdings nicht an. Oh fuck. Ohohohoho, hast du gesehen, wie ich zusammengefallen? Der hat noch 25. Ne, bist du hinten oder wann? Du hast mir mitten in den Schritt geschossen. Immer wieder gern. Treppe! Nur das letzte Treppe ungefähr, 25 AP noch. Wie du geflogen, ey. Jawohl, gut Job! Jawohl, gut Job! Wir haben gewonnen! An extremem Flowjob! Na, ich würde mich aus, ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das Bullen machst. Kriegst du auch von dir. Hä?